3, 2, 1, let's go! Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer wunderbaren Folge von Fortnite. Mit dabei ist heute Alpha Stein. Macht bitte die Musik aus Stein. An der Stelle, meine Freunde, falls ihr auch einen Skin euch kaufen wollt, gebt doch hier einfach mal ganz los im Creator Shop den Code REWINZEIT an. Da könnt ihr mich mit unterstützen. Arschgeile Nummer. Alpha Stein, du hast dich endlich bereit erklärt, heute... Mein bisschen freut. Du hast dich endlich bereit erklärt, tatsächlich heute das Kill-Duell gegen mich zu spielen. Mach dich bitte bereit, Leute. Und ich freue mich sehr, dass es endlich soweit ist. Was denn? Ich will nicht. Warum ist das denn langweilig, Digga? Du hast mich gefragt, wann wir es drehen. Jetzt drehen wir es. Sei froh. Ich bin ehrlich, ich habe mich nicht eingespielt. Du wahrscheinlich auch nicht. Kurze Frage noch an der Stelle. Warum heißt du Montana Black im Teamspeak? Also, ähm, Team... Alpha Popo, noch nie von diesem Random gehört. Alles klar, super Stein. Ich hoffe wirklich, dass du morgen Krätze bekommst. Stein, es ist schon ein bisschen was länger her mit uns beiden. Wir haben es lange nicht mehr aufgenommen. Was war denn da los? Ja, du wolltest nicht. Ne, 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 du warst viel unterwegs, glaube ich, oder? Alles rum. Ach ja, ich war viel unterwegs. So war das leider. Gut. Aber ich denke mal, du bist jetzt auf jeden Fall ready und hast Bock auf das Eins gegen Eins, oder? Warum machst du das, Stein? Ich habe mir ein Haus gebaut und du machst alles kaputt. Das ist doch nicht nötig, Stein. Das ist doch nicht notwendig. Guck dich an, du hast es nicht verdient. Alles klar, gut, Stein. Wo landen wir gemeinsam? Ich würde sagen direkt in Battlefields, oder? Was? Nein, Tilted ist super... Hey, du bist das Game. Weil da jetzt Hot-Zones sind. Also, da landen jetzt... Komm, landen wir halt in Tilted, okay? Okay. Da ist jetzt besserer Loot tatsächlich zu finden mit so Drohnen. Weißt du, was ich meine? Okay, los geht's. Ja, alter Junge, warum bist du so laut? Stein, bitte, Junge, warum bist du so laut schon wieder? Hast du ein neues Mikrofon? Nein. Nein, hast du nicht? Vielleicht. Vielleicht, okay, ja gut. Klingt auf jeden Fall deutlich besser als sonst, weil es übersteuert nicht mehr so. Hast du gut gemacht. Endlich mal das Geld. Danke, war auch heuer. Ja, sinnvoll ausgeben. Ja, gut, das hört man auch. Okay, Stein, ich würde sagen, wir landen hier vorne bei dem Haus, wo ich markiert habe, das hier. Ja, ich komme bei Freunden. Kriegen dann erstmal keine Waffe und kassieren direkt. Ich habe auch keine Waffe. Weiß ja jetzt nicht, was du meinst. Also bei Minecraft generell, waffenmäßig glaube ich immer schwierig. Unser Turm wird angegriffen, Stein. Alter, oh mein Gott, war das close. Bist du das, Stein? Junge, Mann, Digga, du Idiot. Ich wundere mich schon, warum ich keinen Schaden bekomme. Ich habe von dir einen Shotgun, Stein, komm mal her. Geht der? Wo? Hey, Ayuk. Schrein ist so rum, wo ist denn der? Das ist der Aufzug. Ja. Das geht nicht. Ja, ist ja auch, also ich glaube nicht, dass man den wirklich fahren kann, den Aufzug. Boah, Junge, ich bin noch nie hier gelandet, Alter. Ich bin unsichtbar. Ja, Stein, ganz toll. Hier, nimm die Waffe. Okay, wir spielen doch Fortnite heutzutage, ist voll out. Ja, was spielst du denn? Nur noch Minecraft? Ja, Minecraft Main. Sehr gut, das freut mich doch. Ist doch schön. Ja, kann ja jeder für sich selber entscheiden. So, Stein, lass uns noch ein paar Mats farben, Digga, und dann auf ins Kill-Duell. Wir müssen Kill-Zone. Komm schon, ja, was denn? Hast du nicht einen eigenen Clan? Ich habe einen... Boah, Junge, dein Mikrofon nicht so... Ja, ich habe einen eigenen Clan, warum? Hast du einen eigenen Clan, oder? Ja, mit Shimex zusammen, warum? Bibi. Ja? Du weißt, wie gut ich bin. Also, wenn ihr mich nicht in euer Team nehmt, dann verstehe ich euch nicht. Stein, du bist nicht gut, also... Ja. Ey! Komm mal hier rein. Ich bin uns nicht wach. Stein, ich muss mich hier hin. Stein, schaffst du das? Du geh! Ja, gut. Hilf mir doch. Du bist so schlecht. Oh mein Gott, Digga. Und der Reverb hat abgebrochen. Was denn? Was denn? Was denn? Hör doch auf! Ich höre nicht! Ich will den Clan! Mann, hör auf so rumzuschreien, Digga. Du musst... Ich kann nicht riechen, dass da noch ein zweiter Spieler ist, wenn ich den nicht höre. Verstehst du das, Stein? Weil wenn du diese Sounds machst, dann... Junge. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr darauf, Alter. Ich will den Clan! Du kommst nicht in meinen Clan. Hör mich jetzt! Nein, du kommst da nicht rein. Nein, du bist deutlich zu schlecht dafür. Du hast nicht immer ein Bewerbungsvideo gemacht. Du kannst nicht sagen, ich will da rein. Du musst dich bewerben, so wie jeder andere auch. Hab ich! Hast du nicht? Doch! Wo ist das Video? Äh... Ja? Alles klar. Gut, dass wir drüber getalkt haben. Also, du möchtest Teil des Lost Clans werden. Ja. Gut, dann fangen wir direkt... Nein, nicht nur, Papa. Ich will Clan, Papa. Papa, ey, wer ist das? Na, die da. Ja, das sind Trimaxen, ich schon. Also, das kannst du vergessen. Stein. Ich bin der Moderator. Es gibt keine Clan-Moderatoren. Wieso nicht? Weil es eine ganz klare Hierarchie gibt. Es gibt uns und noch den Rest. Nein, es gibt mehr Admin. Es gibt auch kein Admin. Es gibt mehr Admin-Reste, bitte. Alpha Stein, wie viele Placements hast du denn in der WM schon? Nein. Du bist so cool. Ich brauche deine Hilfe, Stein. Oh mein Gott, wo bist du? Warum landest du nicht da, wo ich es markiere? Tschüss. Weil ich meine Clans ist von... Halt deine Fresse! Hier sind keine Loops im Clan. Das sind Leute, die haben... Du musst einfach mal chillen. Mein Gott, Alter. Kannst du einmal da landen, wo ich lande? Ich habe keine Lust, immer zu gucken, dass ich dich... Nein, ich komme. Ich komme. Mann, ey. Und nein. Ich kann mal sehen, dass ich gut bin. Ja. Du bist der schlechteste Fortnite... Du bist mit Abstand der schlechteste Fortnite-Spieler, den ich kenne. He he, bring dich. So, ich sage jetzt, wie gut ich bin, okay? Du bist nicht gut. Ja. Du bist nicht gut in Fortnite. Warte ab. Wenn die Runde losgeht, guck mal die Sets, Junge. Was für Sets? Wo? Der Fortnite. Ach, Junge. Stein, guck mal. Weißt du, erst mal... Selbst wenn du der beste Spieler der Welt wärst, ich würde dich nicht mit reinnehmen. Bin ich ehrlich. Hä? Das ist Diskriminierung. Das ist keine Diskriminierung. Das ist meine freie Entscheidung. Nein, das ist keine Demokratie mehr. Alpha Stein, warum markiere ich, wenn du wieder woanders hinfliegst? Ich habe es im Kopf falsch berechnet. Hab eine Waffe. Sehr schön. Hier war noch irgendwo ein Gegner. Gut, Gegner sind beide down. Sehr schön, Stein. Also, lass uns talken. Ich hätte keine Waffe, deswegen habe ich nichts gemacht. Ja, ist ganz toll. So, möchtest du mir ganz kurz erklären, warum du denkst, dass du der Richtige für den Lost-Clan bist? Guck mich an. Ja, das reicht mir dann schon an der Stelle. Es reicht, glaube ich, nicht den gleichen Skin wie Trimax immer zu spielen, Stein. Wie Trimax hat den von mir geklaut? Ich hätte ihn zuerst. Lauf nicht alleine weg, Stein. Ach, das ist ja auch ein Kill-Duel. Weil es ist mir eigentlich egal, wenn du auf den Boden liegst. Okay, gut. Also, Stein. Du möchtest Mitglied des Lost-Clan werden. Das möchten sehr viele. Aber soll ich dir sagen, was die Leute... Ja, aber ich will es schaffen. Weil ich da glaube. Okay, die anderen Leute, die sich bewerben, glauben meistens auch daran, aber das ist eine andere Sache. Pass auf, ich sage dir jetzt eins. Die Leute, die sich beworben haben, Stein, sind alles Menschen, die haben in der WM, in der Fortnite-WM, eine extrem glute Platzierung mitgenommen. Ich habe deine Videos gesehen. Stein, die haben alle in der WM richtig gut abgeschnitten. Ach man, wieso erkläre ich das überhaupt? Alter, Stein, ich will dir wirklich nicht zu nahe treten, wenn ich jetzt sage, du bist aber zu schlecht dafür, okay? Das ist nicht böse gemeint, sondern ich sage das dir jetzt als ganz ehrlicher, freundlicher Mensch, okay? Sterbe! Brauchst du Hilfe? Nicht von dir. Ja, mein Kill-Duel. Gut. Also, ich kann nichts hinfahren. Lava ist kacke. Du gehst da lang. Uncool, uncool. Hey, ich sterbe. Wieso kann ich meine eigenen Bilds nicht editieren? Stein, ich kann dir gerade nicht helfen. Von wo haben die geschossen? Alles weiß ich. Boah, Junge, natürlich, Alter. Ja, du bist dein Klapp, okay. Die Band. Digga, warum fallen die nicht runter? Mann, der eine ist sogar noch down, ey. Warum hebe ich dich eigentlich auf? Wieso gehe ich eigentlich da hin, wo du bist? Mein Gott, ich... Ich will dein Klapp. Ist down. Abgestaubt. Wieder abgestaubt. Ja, wahrscheinlich. So, Stein. Was wären denn noch weitere Gründe, um dich unbedingt in unser Klapp mit reinzunehmen? Ja, alles. Ich sehe wunderbar aus. Ich habe die meisten Fans. Ich habe einen Unschi-Account. Mein Job. Hey, so vermisse ich so gut. Also, Stein. Sonst noch irgendwelche akzeptablen Gründe, warum du der Richtige für den Lost-Clan bist? Du hast einen Audio-Account. Nein, es ist einfach alles perfekt. Es passt alles zusammen. In meinen Augen tatsächlich jetzt nicht. Also, ich will dir jetzt nicht böse kommen oder so, aber Stein... Ich bin schön. Krasser Account. Gutes Skills. Ich kann gut kommentieren. Ich bin einfach alles in einem. Die Leute haben, glaube ich, auch echt ein Problem mit deiner Stimme, tatsächlich. Ja, das bildest du dir ein. Die mögen mich alle. Alles klar. Kannst du in der Mitte die Kiste vielleicht für mich lassen? Das wäre super, weil ich habe null HP. Das ist kein Problem. Blöd, dass ich gefragt habe. Ja, nehmt ihr euch alles. Ja, ganz toll. Gut, Stein. Also, du denkst, du bist der Richtige für diesen Clan? Ja. Okay. Denk mal, ich werde da nochmal Rücksprache mit Trimax halten, aber von mir ist es schon mal klar... Dann kriege ich keinen Ausbildungsvertrag. Es gibt keinen Ausbildungsvertrag. Warum nicht? Du kriegst ja kein Geld von uns. Bist du doof? Ja, Stein, wir wollen dich ja nicht mal da haben und jetzt fängst du noch an, Forderungen zu stellen von wegen Geld. Hey, du mal. Ich krieg von mir erste Klasse als Asupport. Ja, aber wenn wir das gar nicht wollen... Hallo, das ist jetzt unser Angebot. Aber wir wollen es ja nicht annehmen. Ich will den Ausbildungsvertrag. Ich will nicht mal festes Geld. Ja, aber ein Ausbildungsvertrag heißt, dass du bezahlt wirst. Ja, aber ist nicht viel. Geht doch. Aber Stein, tu mir einen Gefallen. Erstmal haben wir kein Geld. Und zweitens funktioniert der Clan... Und zweitens funktioniert der Clan anders. Meine Fresse, kannst du mal aufhören, du Idiot? Und zweitens funktioniert der Clan anders. Wir geben den Leuten eine Menge Reichweite. So, darum geht es. Weißt du, was ich meine? Hab ich schon. Ja, dann brauchst du ja gar nicht bei uns reinkommen. Das ist doch super dann. Ja. Es ist eine echt süße Idee, du bei unserem Clan. Aber ich glaube nicht, dass das eine Zukunft hat. Ich glaube auch nicht, dass du allein die Zukunft hast. Ich bin mir da leider Gottes doch ziemlich sicher, dass ich nicht... Ja, das geht nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich hier nicht zum Healen fiele. Ich weiß immer die neuesten Updates. Ich weiß alles. Du hast ja drei Monate kein Fortnite mehr gespielt. Hä? Ey, ist das denn wahr, Alter? Will dieses Game mich komplett auseinandernehmen? Das ist doch nicht real. Stein, ich brauche einen Schuss, dann bin ich tot. Guck mal hier in der Garage, Stein. Da ist mir noch ein Mad Kid für dich. Hör auf, dieses blöde Spiel da hinten zu spielen, Stein. Stein, hast du in die Garage geschaut? Äh. Gott, das wäre ein Alter, ich schwöre es dir. Okay, Stein, also ich werde da nochmal mit Trimax Rücksprache halten. Wir können vielleicht nochmal zusammen in einem Stream spielen oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie... Ich zeige dir, wie das geht. Stein, also dir ist bewusst, dass wir auch nur tatsächlich aktiv spielende Spiele. Meine Fresse, Alter, Stein, ich schwöre dir. Wir suchen da wirklich nur Spieler, die tatsächlich aktiv spielen. Ja, jetzt bin ich aktiv. Also Stein, sorry, aber ich glaube nicht, dass das... Ey, das ist doch nicht wahr. Was machst du denn da? Bleib doch liegen, Junge. Hör auf, dich zu bewegen. Hör auf. Stein, nimm den A** aus meinem Mund, Mann. Ich schwöre dir, ich hasse es. Ich hasse es. Lass uns mal kurz hier reingehen. Stein, Stein. Wie bitte? Stein, Abi, Stein, Abi. Alles klar. Einfach, Stein, du bist wieder komplett alleine. Ich möchte dich nur darauf hinweisen und werde dir jetzt gerade nicht helfen können. Wenn du gleich genockt bist, liegst du am Boden und bist tot, ne? Nur, dass du das vielleicht irgendwie im Hinterkopf hast. Steck nicht. Stein, hinter dir der Typ ist super low. Stein, wo bist du? Komm, Abi. Junge. Pass auf, wir sind doch mein Gegner. Der hab ich. So. Tschüss. Wie trifft er mich? Wie trifft er mich? Mit was trifft er mich vor allen Dingen, Alter? Natürlich haben sie Granatwerfer. Wie viel Pech kann man eigentlich haben als ein einziger Spieler? Ich würde auch auf dich gehen. Mein Gott. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich kann mich nicht countern. Gar nichts. Ich hab keine Metz. Gar nichts, Alter. Ich hab kein Heel. Also Stein, ich sag's dir hier und jetzt. Ich möchte nicht, dass du Teil dieses Clans wirst, okay? Richtig nice. Gut. Ich würde sagen, es war es von diesem Video. Ich hab keine Lust mehr. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Big Kick. User in your channel was banned from... Einfach nur belastend. Nutzt meinen Creator Code, um mir wenigstens ein bisschen was von meinen Nerven zurückzugeben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.